Drei, zwei, eins, liftoff. MTS, ihr tretet nun in den Mars-Transfer-Orbit ein. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Willkommen auf der MTS-42. Wir hatten einen guten Start. Mich begleitet ein Team, wie es begabter nichts sein könnte. Meine Frau, zwei Jahre lang nicht zu sehen, wird sicher nicht leicht, aber so eine Gelegenheit bekommt man nur einmal im Leben. Das ist jetzt schon eine Erfahrung, die mein Leben verändert hat. Naja, es braucht etwas Zeit, um sich an die künstliche Schwerkraft zu gewöhnen. Kommst du klar? Es geht schon. Brauchst du ein Bier? Wie aufmerksam. Wir machen die ersten Schritte, damit uns der Mars eines Tages eine zweite Heimat werden kann. Ich habe vollstes Vertrauen in Ihre Fähigkeiten und Ihre gute Vorbereitung. Sie werden mit jeder Situation klarkommen. Wer ist dieser Kerl? Er heißt Michael Adams. Wie lange war ich weg? Wir sind vor circa zwölf Stunden gestartet. Ich muss zurück, bitte. Das verstehe ich. Wir haben nicht genug Treibstoffe, um umzukehren. Ich habe euch nur in Kenntnis gesetzt, damit ihr vorbereitet seid auf das, was kommen wird. Ich gebe dich nicht an.